Wir haben im Laufe der praktischen Tätigkeit mit Legasthenien Kindern und Erwachsenen eine Methode entwickelt, die ganzheitlich alle Symptome, ob primär oder sekundär, behandeln lässt und den Menschen eine effektive Hilfe leistet. Wenn man den von einer Legasthenie oder Dyskalkuli Betroffenen helfen will, ihre Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen zu bewältigen und gleichzeitig mit den seelischen Problemen zurechtzukommen, muss man wissen, wie man pädagogisch und psychologisch korrekt handelt und didaktisch optimal vorgeht. Über dieses Wissen zu verfügen, heißt eine pädagogisch-therapeutische Methode sicher zu beherrschen, um während der Therapie denen an Legasthenie oder Dyskalkulie Leidenden eine wirksame Hilfe leisten zu können. Eine derartige Methode wurde innerhalb der letzten elf Jahren in den Legatrain-Praxen entwickelt und erfolgreich angewandt. Die Legatrain-Methode wird jetzt in der Legatrain-Akademie für Legasthenie und Dyskalkulie-Therapie in Erlangen im Rahmen der Weiterbildung zu einem Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapeuten nach den Richtlinien des Bundesverbandes Legasthenie an die Interessenten, die die Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllen, weitervermittelt. Die Voraussetzungen für die Voraussetzungen Untertitelung des ZDF, 2020